Ja, willkommen zum dritten Part meiner Server Rack Serie. In diesem Part werde ich mich darum kümmern, alle Komponenten, die bis jetzt am Boden meines Racks Platz gefunden haben, endlich richtig zu verbauen, mein Kabel-Chaos in dem Rack zu bändigen und im Anschluss noch auf die Konfiguration meiner Netzwerkswitches und des KVM-Over-IP-Switches eingehen. Kommen wir als erstes zur Installation meines ESXi-Servers in dem Rack. Falls ihr mehr Informationen zu diesem Server haben möchtet, könnt ihr übrigens bei dem dazugehörigen Bild-Log vorbeischauen, welcher jetzt rechts oben in der Infokarte angezeigt wird. Bei den Server-Rails habe ich mich für ein Modell von Phantac entschieden, welcher sich allerdings nur bedingt weiterempfehlen kann, dazu aber später mehr. Um den Server jetzt auf den Rails zu verbauen, zieht als erstes den inneren Teil der Schiene heraus, welcher sich beim Drücken des kleinen schwarzen Hebels an der Innenseite problemlos von der äußeren Schiene lösen lässt. Dieser innere Teil wird anschließend seitlich an dem Servergehäuse befestigt. Hierzu sind in dem jeweiligen Servergehäuse Bohrungen mit Gewinden vorgesehen, aber da ich die dazugehörigen Schrauben zu dem Gehäuse nicht hatte, mussten einfache Flachkopfschrauben mit Muttern herhalten. Nachdem ihr die beiden Schienen an dem Servergehäuse befestigt habt, nehmt ihr den anderen Teil der Schiene zur Hand und passt die Länge dieser Schiene an die Tiefe eures Racks an. Diese beiden Schienen müssen jetzt nur noch mit den mitgelieferten Schrauben an der Vorder- und Rückseite eures Racks verschraubt werden und dann kann der Server auch schon ins Rack geschoben werden. Wie wahrscheinlich jeder, der schon einmal einen schweren Server in einem Rack verbaut hat, bestätigen kann, ist das Hineinschieben des Servers nicht gerade die leichteste Tätigkeit, vor allem nicht, wenn man an den Server-Rails gespart hat. Dies musste ich natürlich auch direkt bei dem ersten Versuch, den Server in die Schienen zu bekommen, erneut schmerzlich feststellen, da sich gleich bei dem ersten Versuch einige der Kugellagerkugeln verabschiedet haben. Wie man sich aber auch vorstellen kann, hatte ich an der Stelle absolut keine Lust, die Schienen wieder aus dem Rack auszubauen und habe es dann nach langem Hin- und Herprobieren endlich geschafft, den Server in die Schienen zu bekommen. Trotzdem werde ich mich mal bei der Firma Fantec bemerkbar machen und ihnen dieses nette Foto nach dem ersten Einbauversuch zukommen lassen, da es ja meiner Meinung nach absolut nicht sein sollte, dass sich bei dem ersten Einbauversuch gleich einige der Kugellagerkugeln verabschieden, egal wie billig oder teuer sie ihr Produkt anbieten, es sollte zumindest problemlos funktionieren. Aber genug von den Serverschienen kommen wir jetzt zu dem KVM-Over-IP-Switch, welchen ich zwischenzeitlich auch schon in meinem Rack montiert habe. Wie alle, die den ersten Part meiner Server-Rack-Serie gesehen haben wissen, handelt es sich bei dem KVM-Switch um einen Avocent DSR4030, welches ermöglicht bis zu 16 Servern mit Hilfe von eigenen Modulen an jeweiligen Servern über das Netzwerk fernzusteuern. Auf die Konfiguration dieses KVM-Switch gehe ich allerdings erst später genauer ein. Jetzt erst mal zu dem Kabel-Chaos. Ich habe zwar versucht, die Kabel von Anfang an geordnet zu halten, diese sich jedoch nicht so leicht umsetzen wie gedacht, da laufend neue Sachen dazugekommen sind, was dazu geführt hat, dass die einzigen Kabel, die noch ordentlich sind, die Kabel des Patch-Panels sind. Meine ursprüngliche Idee, die Kabel zumindest von der Vorderseite zu verstecken, waren ein-new Kabel-Management-Schienen, die ich zwar bereits im ersten Teil dieser Serie ausgepackt, allerdings nie in dem Rack verbaut habe. Aber wie heißt es so schön? Besser spät als nie. Daher ist das Verbauen dieser Kabel-Management-Schienen gleich der nächste Schritt. Diese Schienen werden einfach an der Vorder- oder Rückseite des Racks mit den vier mitgelieferten Schrauben und Käfigmuttern mit dem Rack verschraubt und dann kann es auch schon losgehen mit dem Verkabeln. Nachdem ich dann mit dem Verkabeln an der Vorderseite fertig war, habe ich auch direkt die Kunststoffblende an den Kabelkanal angebracht und siehe da, alles schaut wunderschön aufgeräumt aus. Zumindest von der Vorderseite. Um die Rückseite des Racks kümmern wir uns aber später noch. Aber jetzt erstmal zur Verkabelung der Management-Module für den KVM-Switch. Wie zuvor schon angesprochen, nutzt mein EvoSend KVM-Switch nämlich keine herkömmlichen KVM-Module, sondern Module, welche mit einem USB- und VGA-Port des jeweiligen Servers verbunden werden. Diese Module besitzen auch noch einen herkömmlichen RJ45-Stecker, welcher dazu dient, die Module mit dem dazugehörigen KVM-Switch zu verbinden. Um die Verkabelung übersichtlich zu halten und sicherzustellen, dass ich nicht versehentlich eines der Module mit dem normalen Netzwerk-Switch verbinde, habe ich mich dazu entschieden, für alle Verbindungen zu dem KVM-Switch andersfärbige Netzwerk-Kabel zu verwenden. Nachdem auch die Verkabelung der KVM mit den dazugehörigen Modulen geschafft war, ging es an das Kabelmanagement im hinteren Bereich des Racks. Um später das hinzufügen und Entfernen von Kabeln zu erleichtern, habe ich mich dazu entschieden, Klettbänder anstatt herkömmlichen Kabelbindern zu verwenden, da diese in dem Anwendungsbereich genauso verlässlich halten und sich auch schon an meinem Schreibtisch als mehr als nützlich erwiesen haben. Nach einiger Zeit an Kabelmanagement kann sich mein Serverschrank jetzt definitiv sehen lassen. Ich habe mich auch dafür entschieden, alle Datenkabel an der linken und alle Stromkabel an der rechten Seite zu befestigen. Und falls ihr euch jetzt fragt, woran ich die Klettbänder befestigt habe, kann ich nur sagen, dass sich auch der Hersteller des Racks darüber schon Gedanken gemacht hat. An den Seiten gibt es nämlich kleine halbkreisförmige Kunststoffvorrichtungen, die genau dafür vorgesehen sind, Kabel mit Klettbänder zu befestigen. Somit ist der Hardwareteil des heutigen Serverrack-Buildlogs aber auch schon geschafft. Kommen wir jetzt zum Softwareteil. Um genauer zu sein, als erstes zur Konfiguration und Nutzung des Everson DSR4030 KVM-Over-IP-Switches. Um den KVM-Switch zur Konfiguration mit eurem Computer zu verbinden, braucht ihr grundsätzlich einmal ein RS-232-Serial-Null-Modem-Kabel. Ich habe mich hier für ein Modell von StarTech entschieden. Nachdem ihr dann den KVM-Switch mit eurem Computer verbunden habt, müsst ihr nur noch den passenden Treiber für euer Adapterkabel installieren und könnt euch auch schon mit einem Programm wie zum Beispiel Putty mit dem KVM-Switch verbinden. Nachdem ihr euch erfolgreich mit dem KVM-Switch verbunden habt, würde ich empfehlen, den Switch auf Werksinstellungen zurückzusetzen, da meist weder die Netzwerkkonfiguration noch das Admin-Passwort des Vorbesitzers bekannt ist. Als nächstes wechselt ihr mit 1 in die Netzwerkkonfiguration des Switches und wählt das unter Menü IP-Configuration. Hier wähle ich IPv4 DHCP, da ich meine statische IP-Adresse später über den PFSense-Router festlege. Jetzt die getätigten Änderungen mit 0 speichern und mit Yes bestätigen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr euch jetzt in der Web-Interface mit den Default-Login-Daten anmelden können. Im Falle der iVosense-Switches ist das Username Admin und kein Passwort. Aber wenn ihr wissen wollt, wie der KVM-Switch genau funktioniert und welche Features dieser mit sich bringt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben, da ich an dieser Stelle des Videos nicht genauer darauf eingehen werde und es jetzt mit der Konfiguration meiner Netzwerkswitches weitergeht. Um genau zu sein, sollen mein Android- und VMware-Server jeweils mit 4 Gigabit und meine Workstation mit 2 Gigabit an den Switch angebunden werden, da zurzeit nur meine Workstation eine 10 Gigabit-Verbindung zu meinem Server hat und so auch bei dem gleichzeitigen Zugriff mehrerer Geräte auf den Server keine Limitierung durch die Netzwerkanbindung entstehen sollte. Klar wäre ein 10 Gigabit-Switch deutlich angenehmer, allerdings sind diese nach wie vor immer noch ziemlich teuer. Aber jetzt zurück zu dem ursprünglichen Thema, LACP, auch genannt Link Aggregation oder Nick Teaming. Um LACP bei meinem Cisco SG200-26P-Switch zu konfigurieren, wechsle als erstes in Port Management, Link Aggregation, Lag Management. Dann wählt ihr eine der LAC-Gruppen aus und klickt auf Edit. In diesem Fenster fügt ihr dann alle Ports hinzu, die Teil der Gruppe sein sollen und bestätigt mit Apply. Um Link Aggregation bei meinem Netgear-Switch zu konfigurieren, wechsle in dem Webinterface in den Tab Switching, Lag und wähle, ob es eine statische oder dynamische Link Aggregation sein soll. Dann klickt ihr wieder auf eine der Link Aggregation Gruppen und wählt alle Ports aus, die Teil der Gruppe sein sollen und bestätigt mit Apply. Nachdem ihr dann Link Aggregation bei euren Switches konfiguriert habt, müssen natürlich auch noch die Clients konfiguriert werden. Auf die Netzwerkkonfiguration von Unraid gehe ich an dieser Stelle allerdings nicht genauer ein, da ich dieses Thema bereits in dem Video meiner Unraid Tutorial Serie ausführlich erklärt habe, dass jetzt rechts oben in der Infokarte angezeigt wird. In meiner Workstation ist ein EVGA X99 Classified Mainboard verbaut, welches bereits zwei Intel Gigabit Nix on Board hat, was bedeutet, dass diese nur mehr über den Gerätemanager geteamt werden müssen. Wenn ihr allerdings wissen wollt, wie Link Teaming auch bei Netzwerkkarten funktioniert, die nicht von Intel stammen, könnt ihr einmal bei dem Video vorbeischauen, dass jetzt rechts oben in der Infokarte angezeigt wird. Aber ich würde erstmal sagen, das ist was von diesem Video. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen und bis zum nächsten Video. Servus!